ich grüße dich schön dass du bei david hopp tv eingeschalten hast ja um mir die details ein wenig zu sparen ich persönlich finde dass der mensch frei gewillt ist um zu entscheiden welcher betreiber für ihm gut oder schlecht ist man kann betreiber empfehlen aber ob man zu denen geht ist wieder mal eine andere frage also für mich steht schon fest dass ich seitdem gott sei dank keine service pauschale mehr vorhanden ist dass ich mit meinem hauptvertrag zu drei wandere erstens wegen die datenroaming ja jetzt kommen sie wieder auf die idee oh gott der braucht ja schon wieder telefon es ist ein unsinn damit man nicht in streit gerät ich will deswegen zu drei wieder wandern weil ich einfach die datenroaming mit 54 beziehungsweise 70 gigabyte verfinde für den preis also der mit 54 gigabyte kostet 50 euro und der mit 70 gigabyte kostet 65 euro ich finde den preis bei drei schon eigentlich fair und ich muss nicht 2000 euro handy von drei nehmen oder 1500 wenn es auch gute für lau gibt und ja viele von euch denken sich bestimmt warum bleibt er nicht dort wo er ist kann ich euch sagen weil bei meinem jetzigen betreiber es keine höheren datenroaming internet gibt es sind einfach auf 36 37 gigabyte beschränkt ich möchte aber wirklich nur eins klarstellen wenn ich was ankündige tarifwechsel führe ich das auch durch und es ist nicht so dass ich jetzt jemanden damit bestrafen möchte oder so ich finde halt drei hat gute angebote und ich bleibe dabei in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag und mehr erzähle ich euch irgendwann im nächsten video oder übernächsten video was weiß ich aber wenn ich was neues weiß sage ich euch